Liebe BVH-Mitglieder, nun geht es um den CFS-Baustein der Optionspreisbewertung nach dem Black-Scholes-Modell. Es geht dabei um die finanzmatische Bewertung von Optionen nach Black-Scholes, ebenso wie um die Herleitung des Optionspreises nach Black-Scholes inklusive der theoretischen Einführung und der mathematischen Beweise. Da dieses Modul schon echt anspruchsvoll ist, ist es im CFS-Silber bzw. im CFS-Gold angesiedelt und richtet sich eher an Studierende, die der Mathematik, der Physik oder die einen starken quantitativen bzw. ganz mathematischen Hintergrund haben.